In 500 Meter rechts abbiegen auf Tempelhoferdammung. In 500 Meter rechts abbiegen. In 500 Meter links abbiegen und auf 100 Richtung Dresden fahren. In 500 Meter rechts abbiegen auf Tempelhoferdammung. In 500 Meter links abbiegen und auf 100 Richtung Dresden fahren. Reise nach dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dresden! Wir fahren nach Dresden! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020